So, da bin ich wieder zu Let's Play GTS Andreas Part 69, könnte das sein, weiß ich nicht genau. Und wir gehen ja mal in die Mission. So, da bin ich ein paar Nachts zurückgekommen. Wir befinden uns die Inner Light und kommunen mit dem Lizard King. Sound fun. Wie geht's das? Das ist das Problem. Ich weiß nicht. Ich bin in Los Santos. Ich habe in eine Japanese-Bath-House über eine Stunde vorhin. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier bin oder wo die anderen sind. Sie sind wahrscheinlich fun. Ich glaube nicht. Sie waren Brits, eine Band und ihre Managerinnen. Sie haben keine Erfahrung über den Deserten. Okay, wo hast du geheimnis? Ich kann sie nachdenken. Ich habe ihn auf Arco de l'Oeste. Ähm, ja. Such Paul und... Macca? Ja, toller Name. Ähm, tja, dann fahren wir mal los, wa? Das ist doch ein neuer Bullet. Den... Ne, Infernus. Oh yeah. Platz da. Jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller. Schaut mal, wo wir sind. Wo wir hin müssen. Da sind wir. Und wir müssen da ganz hin. Tolle Idee. Vollgas. Oh. Oh. Leanne Forgé, WCTR News. News with the bottom line in mind. Tough news stories. Was Moses really from Ohio? James, the silent killer in Go, Ohio. Now WCTR traffic and transit. Nach Monaten wurden alle Städte geöffnet. Bone County, Chiaro Rovada und Los Venturas County sind nun mit dem Rest des Staates verbunden. Lokal, die durch Mass-Ausbrechen von Xenophilia und Inbreedingung veröffentlichen. Auch, die Polizei veröffentlichen die Veröffentlichung der riesigen Angelegenheit der Angelegenheit. Die Polizei hat die Veröffentlichung der Veröffentlichung in Los Santos verholt. Richard sprach zu einem Mann auf dem Seine. Das war richtig, Leanne. Es ist eine weitere Verkäufe für Prohibition. Die Polizei hat wirklich veröffentlichen nach diesem Fall. Das war jetzt wirklich, äh, knapp. Alter! Ey, ich hab keine Lust auf fünf Sternen oder sechs Sterne hier. Komm, schaun! Schaffst du! Sehr schön. Moment, ich will mal gucken, ob ich das da finde, was ich suche. Aber ich bin der Meinung, das gibt's da. Wenn ja, wär geil. Schaun wir mal nach. Komm schon, bitte! Ach, verdammt! Der Sand King steht hier nicht. Was ist das? Könnte ein Nachtsichtgerät sein. Brauchen wir aber nicht. Verdammt, das hat jetzt sehr viel Zeit gekostet. Ich dachte, ich find hier den Sand King. Ja, toll. Lauf! Nehmen wir hier mal irgendwo Cross-Maschine. Gibt's eine Cross-Maschine? Ich mein, hier stand doch eine. Ja, da ist eine. Sehr schön. So, jetzt aber. Wir sind doch eigentlich gleich schon da, oder nicht? Tja, das hätten wir besser machen können. Puh. Och Mensch, das dauert jetzt richtig lange. Das nervt. Schauen wir mal den besten wer. Ja. So. Also das ist jetzt wirklich sehr viel Gefahr für gar nichts. Wehe, wir kriegen keine angemessene Belohnung. Für den Mist. Oh, gleich da. So. So. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Sehr weise Fantasien. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I've got a pal Rosie. He's got some casino gig going down in Venturus. Sweet. All right. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking Northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. So'n bescheuerten Viersitzer holen. Ah, sehr schön. Kommt schon irgendein Auto, was Viersitze hat? Es gibt's doch nicht. Eben ist hier voll viel rumgefangen. Jetzt ist ja gar nix mehr. Stopp. Dich nehm ich. Nee, das Ding hat keine Viersitze. Ich behöb'n nehm ich. Ich geh'n nehm ich. Oh. Digga, das kann auch nicht so schwer sein. Ha, komm, hau ab. Viersitzer. Das ist auch kein Viersitzer. Och, Mensch. Nur komm. Das nervt. Digga, der nervt. Och, komm schon. Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt stehe ich hier rum für gar nichts. Wehe, da fährt gleich ein Viertürer lang. Da steht auch kein Auto. Och, Mensch. Ey, das riecht auf. Sag mal, wie lange soll dieser Part denn dauern? Nur weil ich kein Auto finde, was scheiß vier Türen hat, oder was? Ey, hier fahren immer nur dieselben Autos lang. Ey, das riecht auf. Das nervt. Das ist richtig am nerven. Also, das riecht wirklich auf, ey. Das... Ne. Hier fährt auch nichts rum, was nur annähernd vier Türen hat. Ein bisschen schief, kann das sein? Jetzt sag nicht, das Ding hat vier Türen. Ne, hat es auch nicht. Warum auch? Alter, ernsthaft. Vier Türen? Ja. Ein Ghost Car. Also, ey. Das hat wirklich aufgeregt. Das hat wirklich aufgeregt. Das hat wirklich aufgeregt. Schön mit zwei KMH. Können wir hier hoch. Äh, nu rein da. Schlag richtig kaputt, ey. zur Snake Farm. Tja, die ist ein bisschen weit weg. Oder? Wo ist die denn? Snake Farm. Da ist sie doch. Ach so. Sie sehen sich diese kleinen Hütten, die da beim Airport stehen. Nee, das ist nicht richtig. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Your city boys gone be with my prize hog now I don't even get no sugar from her and that one done screwed my sis I had a terrible aching in my grinds ever since I'm going to slap you silly for giving me and my fellow the red bumpies but in tarnation I'm a fixing to give you a whooping for what you got and done to my young ones Oh, ein Buggy. Oh, jetzt können die ja nicht mit, weil die dumm sind. Das ist Laszlo, ich muss sagen, entschuldigen mich, aber ich bin hier seit Jahren, ich bin hier für Jahre, ich bin unemployed. Hey, was über die Bums? Wir müssen nur sagen, sie haben es in der Zivilisation. So, und jetzt aber? Das heißt Caligula. Es ist auf den Strip, wo ich glaube. Ja, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre. Was ist das Rosy? Big floppy sausage tits? Empty saddlebags, oder beasties? Rosy ist ein Mann. Und stoppen dich auf. Das ist nur für comfort, Pablo. Das ist eine stressvolle Situation, Mann. Du sagst mir, das ist. Oh, keine, du zwei. Ähm, ja. Das sind sehr komische Leute. Nein. So. Jetzt aber. Ich hab noch ein Loh. Genau. Du siehst, die Constituberin. Ich bin nur auf Reeper, weil du und Quen D, du siehst, meine Kolder-Kumpaie, Lobdell, Du siehst du, Ich bin nur auf der Seite. Ich liebe Reeper. Es sind die Regeln, wenn du ein Rapal. Das sind wirklich ein grosses Regeln. Du wissen, du bekommest viel auf die Medien diese Tage, in der Zeit, und in der Presse-Konferenz deine Manager kam über deine Bewegung. Viele Leute sagen, Gangster Rap? Das ist ein Fall von Mr. Postman bei Fake-ass-Idioten, die mehr Zeit im Drama-School Tja. Das sieht schön aus. Gefällt mir. So. Tja. Das sind die Schmerzen. Okay, hab ich genug. Wir haben das. Ich werde andere große Fières holen. Oh nie. In ein Franken. In ein PWeiser. Du bist tot. Du hastassung Qu marked? Acht. Komm dann. Lass uns zu sehen, Rosie. Kempel, hier zu sehen Rosy. Hey, Boss, ist jemand hier zu sehen? Oh, geh weg. Ich habe eine Migraine. Oh, Rosy, son, es ist mir, Paolo. Oh, Gott. Mein Verzweck ist complete. Okay, lasst ihn in. Rosy, wie bist du, mein old son? Ich wünsche, dass ein Tag, ich kann meine Perpettual-Tormenten und sterben in peace und comfort ein Millionen Meter entfernt von jemandem I've ever fucking known. Und insofern, ich verstehe das? Komm, es ist mir, Kent Po. Well, hallo, Pa. Was ein schönes Überraschung. Wer sind diese Leute? Das sind meine Jungs, Maka und Co. Sir, du hast keine Specklede Dubs, Boss? Ich bin auf einen jetzt, Topf der Range, Mann. Well, es ist gut, als ich hier sitze, auf meine Nacken, in einer Rive of Scheiße, mit jeder Maka-Gerilla von Liberty City, zu Los Santos, Pissing in meine Gesichter, Kent Poel, sollte man es sehen. Was ist das, was? Es ist zu numerous, oppressivlich insurmountable, und depressivlich fucking Typical, sogar zu erwähnen. So, all right, bruv. Paolo kann helfen. Gib uns ein bisschen Platz, würde ich, son. Ich gebe dir einen Tinkle später. Tja, ich würde sagen, das war's, oder? Hey, Woolsey, I think I've found a way to scope Caligula's Casino without causing too much suspicion. We could talk later. Alter, nicht mal eine Bezahlung dafür, für diesen Dreck. Egal. Wir fahren jetzt erstmal saven. Nicht mit der Schrottmühle. Washington. So, und da muss ich auch endlich mal da, das ganze Rendern. Ich glaube, wir kriegen auch gleich einen Anruf. So, ich freue mich schon drauf, alle Parts zu rendern. Er fährt erstmal geradeaus und fährt jemand um. Ah, da kommt der Anruf. Speak on it. All right, Carl. It's me, Paolo. Listen, Rose is in a tangle, and I think you're the geezer to solve it out for us. Okay, Sunshine? Slip around the office and see me double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Okay. Aber erstmal saven. So, ich würde sagen, das war's dann auch erstmal für den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und ja, bis dahin. Ciao, Leute.